Dieser Glitch-Bug ist crazy. Eigentlich nicht. In Disney Dreamlight Valley. Dieser Bug ist im Wald und habt den in Part 4 entdeckt. Hierfür müsst ihr dort, wo Christoph steht, hinter das Portal. Da seht ihr ja diesen Vorsprung und den Baum. Wenn ihr wohl gegen den Baum rennt, könnt ihr einfach im Baum sein. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Das war's auch schon mit diesem kleinen Bug-Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaut euch Part 4 an, wenn ihr sehen wollt, meine Reaktion, wie ich's gefunden hab. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder beim neuen Glitch-Bug. Ciao und tschüss, euer TMSS.